Hallo, mein Name ist Stefanie Willeke. Ich arbeite in eigener Praxis und bei den Paracelsus-Heilpraktikerschulen. Ich möchte Ihnen heute mein Fachseminar Die Stimme – Stimmgesund arbeiten, stressfrei sprechen vorstellen. Unsere Stimme ist ein empfindliches Instrument. Wir strapazieren sie und überstrapazieren sie bisweilen. Das Seminar soll Hilfestellungen aufzeigen, stimmgesund zu sprechen und mit der Stimme besser umzugehen. Wir beschäftigen uns zunächst mit der Wahrnehmung unserer Stimme, des Weiteren mit Atemübungen in Einzel- oder Zweierarbeit, um zu sehen, was wir mit der Stimme überhaupt tun. Die Sprechstimme wird selten auf ihre Arbeit vorbereitet, so wie es bei Sängern allgemein üblich ist. Im Seminar werden Techniken vermittelt, die sehr individuell sind. Die Stimmbildung hat viele Facetten und die werde ich vermitteln. Einen ganz besonderen Anteil hat die Atmung. Wir werden Atemübungen, Lockerungsübungen und Entspannungsübungen machen und Strategien für den Einzelnen entwickeln. Ich habe individuelle, eigene Konzepte auch durch meine Arbeit als Sängerin entwickelt und wir werden dazu Übungen machen, die sich anlehnen an musiktherapeutische Einheiten und Entspannungstrainings. Mein Seminar richtet sich an vielsprechende Menschen, die stimmgesund werden und bleiben wollen und an alle, die an diesem Thema interessiert sind. Ich arbeite seit einigen Jahren in meiner Praxis in diesem Fachgebiet und freue mich auf eine gemeinsame Zusammenarbeit für die bessere Handhabung ihrer Stimme. Ich arbeite seit einigen Jahren in meiner Praxis in diesem Fachgebiet und Entspannungstrainien. Ich arbeite seit einigen Jahren in diesem Fachgebiet und Entspannungstrainien. Ich arbeite seit einigen Jahren in dieser Maßnahmen in dieses Fachgebiet und Entspannungstrainien. Ich arbeite seit einigen Jahren in diesem Fachgebiet und Entspannungstrainien.